Heute schauen wir uns mal ein typisches Kundenbeispiel an. Wie sieht so eine Baufinanzierung bei einem typischen Hauskaufpreis in Höhe von 600.000 Euro denn eigentlich aus mit einem Kundenbeispiel? Unsere Kunden, eine junge Familie, Baujahr 79 und Baujahr 77, eine kleine Tochter. Er ist ITler, arbeitet seit zehn Jahren in seiner Firma, Nettoeinkommen 2.900 Euro. Seine Frau ist Lehrerin, beide sind angestellt. Die Frau geht auf Teilzeit arbeiten, hat ein Nettoeinkommen von 1.800 Euro. Und mit den Eltern gemeinsam haben sie, sie haben selber 25.000 Euro angespart, die Eltern schieben nochmal 50.000 Euro als Eigenkapital dazu, kommen sie auf eine stolze Summe in Höhe von 75.000 Euro Eigenkapital. Der Kaufpreis eines ganz normalen Reihenhauses in Großraumbergisch Gladbach, Grundstück war in dem Fall 500 Quadratmeter, Baujahr des Hauses 1990. Leichte Renovierungsmaßnahmen, sodass wir eben hier auf Nebenkosten gekommen sind. Notar, Grunderwerbsteuer und Makler, der war leider dabei mit 12,07 Prozent, ergeben 72.420 Kaufnebenkosten. Und es sollte ein Baden neu gemacht werden, ein paar Pflasterarbeiten in der Einfahrt, zwei, drei Böden in Räumen ausgewechselt werden, sodass die Kunden wohlwollend mit 50.000 Euro Umbaukosten geplant hatten, aber am Ende eben auch auf eine stolze Summe in Höhe von 722.000 Euro, 420 Euro Kaufpreisnebenkosten gekommen sind. Die entscheidende Frage war jetzt in unserem Kundengespräch mit einem Haushaltseinkommen von 4.700 Euro bei einer dreiköpfigen Familie. Können diese Kunden sich das leisten und eben auch passen die Ziele und die Wünsche, die unsere Kunden eben letztendlich hatten, was das Thema Zinssicherheit angeht, was das Thema Restschuld und am Ende auch die Tilgung angeht, Passt das so in den Rahmen, passt das auch in eine Rate? Wir haben die in mehreren Gesprächen sind wir auf den Punkt gekommen, dass wir am Ende abzüglich dem Eigenkapital in Höhe von abgerundet 72.000 Euro 650.000 Euro zu finanzieren hatten. Wir haben die 50.000 Umbaukosten konnten mitfinanziert werden, weil die meisten Banken bis 50.000 Euro da problemlos auch diese 50.000 Euro Umbaukosten als 1 zu 1 werterhöhend eben anrechnen, sodass wir dann die Finanzierung in drei verschiedene Beispiele jetzt gemeinsam aufgeteilt haben. Grundsätzlich haben wir immer das sogenannte KfW-Wohneigentumsprogramm mit eingeplant. Hierbei gibt es eben 100.000 Euro als Zuschuss vom Staat. Es muss die wohnwirtschaftliche Verwendung, also im Prinzip man muss sich selbst eine Immobilie kaufen, in der man selber wohnt, nachgewiesen werden. Und diese Tranche, für die haben die Kunden sich per se, egal in welchem Beispiel, eben grundsätzlich entschieden. Die Vorgaben der KfW-Tranche sind eben Laufzeit maximal 25 Jahre. Das erste Jahr ist tilgungsfrei, sodass die Kunden eine leicht reduzierte Rate im ersten Jahr allgemein immer haben, um ungefähr 300 Euro und danach setzt eben nach im Jahr zwei die volle Tilgung mit dem Zins eben ein, sodass man im ersten Jahr etwas Luft im Rahmen der Finanzierung hat. Wir haben bei unserem Kundenbeispiel uns im Prinzip von hinten nach vorn herangetastet. Wir haben im ersten Schritt überlegt, okay, wir planen mit einer Zinsbindung von 20 Jahren. In dem Fall waren den Kunden die Zinsbindung wichtiger als eine etwas erhöhte Tilgung. Wir haben hier normalerweise eben immer den Fokus auf eine Mindesttilgung von 2,5 Prozent. Die Kunden haben gesagt, okay, wir haben noch zusätzliches Kapital, was in den nächsten Jahren noch eben uns zur Verfügung gestellt wird. Wir möchten Sondertilgung leisten. Und auch die KfW-Tranche hat eben auch eine Tilgung von 3,46, sodass eben dort auch die sogenannten Planko-Anteile für die Bank auch abgebaut werden. Hier der Fokus im ersten Schritt auf eine Zinsbindung von 20 Jahre. Wir hatten hier einen Mischzins von 2,14, am Ende mit einer Gesamtrate ab dem zweiten Jahr in Höhe von 2.366 Euro. Wenn wir jetzt den Fokus auf die Restschuld legen, das heißt Restschuld nach 20 Jahren bezogen auf das Bankdarlehen, sind eben immer noch nach 20 Jahren 272.000 Euro. Zuzüglich der Tranche aus der KfW nach zehn Jahren eben immer pauschal mit 66.000 Euro eben offen. Daraufhin haben wir eben den Punkt 2 betrachtet, eine Variante mit einer 15-jährigen Zinsbindung, eben mit einer leichten Reduzierung der Rate, eben 2.252 Euro mit einer Zinsbindung von 15 Jahren bezogen auf die Bankdranche. Hier sind immer noch 357.000 Euro nach zehn Jahren offen, sodass wir eben überlegt haben, okay, macht es eventuell Sinn, auch eine zehnjährige Tranche eben hier mit einzubauen. Hier war die Hürde natürlich dann, dass bei der zehnjährigen Tranche bei einer Tilgung von zwei Prozent die kalkulatorische Restlaufzeit des Darlehens über 35 Jahre lag, sodass wir eben hier auf eine Mindesttilgung von 2,16, die von der Bank auch vorgegeben wurde, zurückgreifen mussten, sodass am Ende die Rate bei 2.178 Euro liegt und die Kunden sich am Ende dann entscheiden konnten, eben lange Zinsbindung versus kurze Zinsbindung mit Einsparung monatlich von 200 Euro im Rahmen der Rate. Die Kunden haben sich am Ende für die 20-jährige Zinsbindung entschieden. Warum? Aufgrund des aktuell steigenden Zinsniveaus ist davon auszugehen, dass in den nächsten 20 Jahren das Zinsniveau definitiv höher liegen wird als jetzt aktuell eine 2,2 Prozent, sodass die Kunden eben gesagt haben, wir müssen parallel noch ansparen, um eben auch Sondertilgung leisten zu können. Die Kunden hatten in dem Fall aber eine höhere Zinssicherheit beziehungsweise eben eine leicht höhere Tilgung und in dem Fall können die Kunden durch eine parallele Ansparung eben auch noch zusätzlich den Planko-Anteil am Ende der zehn Jahre abbauen. Die wichtigste Frage, die wir hier hatten, eben macht es Sinn, mit einem Haushaltseinkommen von 4.700 Euro eine Rate monatlich von 2.300 Euro zu besparen? In der Tat war das schwierig. Die Kunden haben allgemein ein gesundes Haushaltseinkommen gehabt. Die Kunden konnten gut mit Geld umgehen, sodass wir hier schon, was die reine Berechnung angeht, mit 2.300 Euro Rate schon an der Grenze lagen. Das bedeutet eben auch im Umkehrschluss mit einem Haushaltseinkommen von 4.700 Euro sehen wir die maximale Kaufpreisgrenze eben auch bei 600.000 bis 650.000 Euro maximal. Wenn ihr wissen wollt, welche Zinsbindung für euch die richtige ist, findet ihr hier das passende Video und wenn ihr mit uns gemeinsam einen kostenlosen Online-Termin buchen wollt, könnt ihr das hier tun. Bis zum nächsten Mal.